Jasmin Blüten. Den Duft von Jasmin Blüten trug sie immer in den Haaren. Wenn Biene Meier in Fernsehen lief, hat unsere Lina immer zu der Melodie getanzt. Sie hatte ein so schönes Lächeln. Wenn es mir nicht gut ging, hat sie mich aufgemuntert. Und ihr Lächeln hat mich wirklich getröstet. Ich fühlte mich richtig unerhoben worden. Mein Onkel lief ich gerne mit Socken. Und Geduld war einfach nicht seine Stärke. Er wurde hebelig und dann lief er immer leicht ruhig an. Gemeinsam lassen sich auch die schwersten Zeiten überwinden. GBI 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 GBI